An dem Tag, an dem General Ghassem Soleimani starb, ereigneten sich im Iran zwei tödliche Explosionen, bei denen über 70 Menschen ums Leben kamen. Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kaman bei einer Explosion mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, berichteten der Staatsrundfunk IRIB und die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch. Ihre Reporter sprachen von einem entsetzlichen Geräusch einer Explosion. Es gab auch Berichte iranischer Medien über eine zweite Explosion. Später meldeten Staatsmedien, dass die Zahl der Opfer nach den beiden Explosionen auf 73 gestiegen sei. Mehr als 170 Menschen wurden zudem verletzt. Kermans Vizego-Overnur sprach von einer Terrorattacke, wie der staatliche Rundfunk IRIB berichtete. Kaman im Zentraliran ist die Heimat von Ghassem Soleimani, dem früheren Kommandeur der Auslandseinheiten der iranischen Revolutionswächter, IRGC. Die USA hatten ihn am 3. Januar 2020 im Irak durch einen Drohnenangriff getötet. Von systemtreuen Regierungsanhängern wird Soleimani als Märtyrer verehrt. Auch am Mittwoch pilgerten Menschen Maßen durch Kermans Straßen zu Soleimani's Grabstelle. In einem live im Staatsfernsehen übertragenen Ausschnitt waren ein Knall und Schreie zu hören. Während einer Live-Schalte einer Reporterin waren Retter zu sehen, die mit Verletzten im Hintergrund in ein Krankenhaus eilten. Der genaue Grund für die Explosion war zunächst unklar. Momentee Liv 조금違う sein 3keiten und in einem했습니다. Und ich sagte, was habieren, dass die Z welysgäu поørachtel ist. Und dabei an pulling seiner���複 doin. Es gibt also dem Bewegungsanhänger von der Öffekt線 des ZJT zur edit tools.